Ja, da könnten noch ein bisschen Probleme kommen, eventuell. Also ich... Ja, da könnten noch ein bisschen... Jaaah Ja. Ich bin ja ein Kollege dann aber. Ah. Weil neben mir dort ist eben mein Kollege und er ist auch gerade momentan am Laber da, oder Sam? Ah nein, ist er nicht mehr. Ja, da bin ich gerade auch noch ins TS gekommen im Fall. Ah nein, er geht in ein anderes TS. Ja, ist gerade auch in IK-Leiter nicht zu hören. Ich übe mein Kollege dann. Sonst würde ich es gerne machen. Ja, er muss nicht Hochdeutscher reden. Ach so, doch streamen, 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 ja stimmt. Jo. Hallo. Hoi. Hallo. So, um euch beiden mal vorstellen. Das ist Samuel Nick. Hoi, servus. Aus Lechterstein. Und Samuel Nick, das ist Michel aus der Schweiz. Mein Name ist der Kollege. Hoi, servus. Er hätte mal Harstung gespielt, aber... Aber er hat immer nur aufgehört. Ja, ich bin schlecht. Ja... Ich schaue halt ab. Und es ist das Schlimmste. Ich schaue immer vor Profis ab. Verkack ich es immer. Also... Ja, ja. Ja. Oh, man. Kannst du auch ablehnen, wenn du nicht willst. Nee, ist gut. Alles klar. Hm. Oh, Sprachaktivierung. Das Schlimm ist immer und ewig. Der andere Stähne einfach auch. Na nicht. War nicht. Ich würde schon jedes Mal gehören, aber darf ich mal. Ja. Etter. Anduin gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht ist mit den Gerechten. Marc war schon das Geilste. Ich hatte Twitter gemacht. Auf dem Channel. Und dann plötzlich habe ich das Passwort nicht mehr gewusst. Und die E-Mail nicht mehr. Geil. Bov? Nein, YouTube. Einfach zu für YouTube. Ich... Geil. Geil. Obwohl, das ist überall. Geil. 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 Ja. Jetzt will ich jetzt erstmal wieder schauen, wie das für ein Passwort geht. Das haben wir, glaube ich, aufgeschrieben. Dann hätte ich keinen angekommen. Oh. Hast du so lange zum Auswählen? Sorry. Haha. Ui. Klar machen zum Endtag. Nein. Hm. Hm. Das war jetzt aber gut abgesehen. Klar machen zum entern! Probier doch. Klar machen zum entern! so als zwar soll Sorry, ich muss gerade etwas machen. Ich wollte, dass wir alles und jenes angeklicken können. Moment. Sollte da vielleicht etwas machen? Ja, ich musste den Bildschirm noch anpassen. Ja, ich musste den Bildschirm noch anpassen. Es war leider noch ein altes Bildschirm angepasst. Das Dingo! Ja! Das Dingo! Ist jemand verletzt? Das Dingo! Ja! Das Dingo! Geht euch die Zeit, eure verdammten Taten zu überdenken. Das Dingo! Das Dingo! Das Dingo! Das Dingo! Nein, nein! So gemein. So gemein. Ungemeiner Typ. Das Leben ist hart. Wohl. 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 Jeder denkt, ich verliere. Klar machen zum Enter. Wahrscheinlich gewinnst du eh. Wie immer, wenn du gegen mich spielst. Wohl. 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 Halt den Scheiss, oder was? Ey, der Pro-LP-King ist im Chat. Was ist er? Er ist im Chat drin. So, über den Stream ausgeschaltet. Oh Gott. Aha, mit Uferer-Mittelmark. Die Geister sind Rubellos. Ohhhh. Damn, der andere Ate. Genau deswegen bin ich gegen Mark. Genau deswegen. Wieso? Genau. Im LOL wäre es easy. Trotzdem im LOL wäre es. Ohhhh, der ist schon cool. Reicht das so? Das reicht. Das reicht. Wurr! 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 Erfaschen Schluss. Der hat Landrat. Jeder im Landrat ist zu. Wieviel Mann hast du? 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 Du der... Du zu dritte Macht! Du zu dritter Macht!